Am 12. Oktober könnt ihr euch selbst etwas Gutes tun, indem ihr eure Lieblingsbars, Cafés, Restaurants und Geschäfte besucht. Denn dann ist Own Business Day. Der Tag, an dem wir alle Selbstständigen feiern. Für den Spaß und die Freude, die sie jeden Tag aufs Neue in unser Leben bringen. Haltet sie nicht für selbstverständlich, sondern genießt eure Lieblingsläden ganz genüsslich. Denn ohne euch macht's keinen Spaß. Own Business Day. Am 12. Oktober.